Herr Fannierstaboram zurück in Red Dead Redemption 2. Ja und wir sind jetzt endlich in Kapitel 5 angekommen. Wenn ihr das letzte Woche gesehen habt, gibt es hierzu ein 45-minütiges Video, in dem ich mich sehr lange dann in dieses neuen Story-Abschnitt hinein bewegt habe. Und wir sehen auch schon, wenn wir jetzt hier in die Karte reingehen, dass wir jetzt hier auf einer Insel angekommen sind, und zwar in Guamma. Und hier existieren zwei Missionen, die ich jetzt starten werde. Ich werde jetzt allerdings dieses Mal hier diese fremde Person treffen und mir diese Mission ansehen, nämlich die entfesselte Wildheit. Dutch möchte, dass du dich um die Arbeiter kümmerst und das werde ich jetzt machen. Und hier gibt es noch aujourd'hui eine Person, die ich vermiete, 2, optimized und das ist ein rurales seront. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Come on. I'm an American. What are you doing here? 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 Ich weiß nicht, was er ist. Ich glaube, ich höre die Hände aus den anderen Ruinen da unten. Los geht's und schauen. Which way? Ich zeige dir. Batiste, du bist nicht gut. Du solltest hier resten. Okay. Du brauchst das. Komm, folgen mir. Bleib neben mir. Ich weiß, ich weiß, wie können wir überlegen. Okay. Bleib ruhig und nicht jemanden. Wenn sie uns holen, werden sie die Arbeitskräfte sichererde. Wer war das? Oh, schau. Was ein Vergnügen. Quick. Tide. Over da. Das ist eine Sache. Mein Vater immer gesagt, die Horma war die Isle, die ich hatte vergessen. Und dann ist er hier ein paar Monate. Ich verstehe. Ich verstehe. Hier. Ich muss zurück. Es ist nur drei Monate mehr. Und nach Hause. Bitte. Okay. Sie sind hier. Komm, bleib neben mir. Okay. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Wollziehen. Komm, bleib neben mir. Wollziehen. Die Horma waren. bueno, wir müssen zurückkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin Baptiste. Ich arbeite mit Herkul. Wir are all your lives. Ja, danke. Mein Glückwunsch. This place makes mich miss home. Take care, mein Freund. Herkul ist ein Boot, um dich und deine Männer aus hier zu kommen. Wir werden ihn in Cinco Tardes treffen. Wir werden da. Gut, gut. Hier, das ist für dich. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist das Leidst du kannst. Gut, Herr, kommen wir nach Hause. So, dann... Ah, da sehen wir das schon. Und zwar unser mieses Ergebnis, hoffe ich. Mal gucken. Wie sieht es aus? Habe ich geschafft? Habe ich nicht geschafft? Oh, acht Kopfschiffe. Leider auch nicht geschafft. Na gut, okay. Also, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ja, das war eine kurze, aber feine Mission. Hat es ein bisschen wieder vorangebracht. Und wir werden uns dann im nächsten Abschnitt mit Dutch auseinandersetzen. Und von daher sage ich erstmal wieder, Herr van Neu-Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Bill Matejum. Bis demnächst hier auf dem Handy.